Hallöchen, du da vorm PC. Ich begrüße euch bei diesem letzten Video auf unserem Kanal des Playboys und der Jonah ist neben mir. Einen wunderschönen guten Tag. Das Video ist etwas Besonderes, wie ich eben auch schon meinte, weil es nämlich das allerletzte Video hier auf unserem Kanal ist. Wir hören aber nicht ganz mit Let's Plays auf, also keine Angst, es wird auf jeden Fall weitergehen, aber auf einem neuen Kanal. Und es hat nämlich verschiedene Gründe, die der Jonah euch mal jetzt erklären wird. Richtig. Einer der vielen Gründe ist, dass wir ein drittes Mitglied bekommen haben. Mitglied. Mitglied. Nein. Das ist aber eher nur so ein Nebengrund. Ja, es ist eher nur ein Nebengrund, aber auf jeden Fall haben wir auf dem neuen Kanal eine dritte Person mit aufgenommen, nämlich Manuels Cousin Julien. Halbcousin. Halbcousin, Entschuldigung. Ich war nicht informiert, Entschuldigung. Cousin am zweiten Grade. Oha. Aber egal. Auf jeden Fall wird der neue Kanal nämlich ein bisschen strukturierter sein. Ich dachte, ich sollte das sagen. Und jetzt sag ich es aber. Ach, schau. Und da kommen halt ganz andere Videos nochmal und das würde eben nicht unter diesen Kanal passen einfach. Außerdem wäre, ist das auf dem ganzen neuen Kanal viel organisierter, klarer, weil da bisher noch keine Videos entstanden sind. Und wir haben einiges Neues, was wir bisher noch nie gemacht haben, in Planung. Als Beispiel eine wöchentliche, nennen wir es News Show, so was ähnliches, wo wir über die Welt, über Spiele, über was gerade in der Welt passiert, berichten. Also, warte mal, sagen wir es mal so. Wir hören nicht ganz mit Let's Plays auf, so in der, oder ich glaube, das heißt unter der Woche, also von Montags bis Freitags kommen schon verschiedene Let's Play Projekte. Damit wollen wir auf gar keinen Fall aufhören. Aber am Wochenende kommen dann eben auch so Sachen wie eine kleine Musik-Ecke von meinem Cousin, wo er so ein paar Gitarrensachen zum Beispiel euch beibringt, sage ich mal. Und dann eben, wie Jonah auch schon gerade eben meinte, die News am Sonntag. Richtig, was Let's Plays angeht, wir werden die bekannten Spiele weiterführen, wie zum Beispiel Minecraft Adventure Map, FIFA. Und Worms, das kommt neu dazu. Ja, und zum Beispiel Worms werden wir zu dritt neu spielen, weil ich, oder wir dachten uns, es ist ein lustiges Spiel, was man auf jeden Fall mit mehreren Leuten spielen kann. Genau. Ähm, was auf jeden Fall zu 100 fucking Prozent kommen wird, worauf wir uns freuen und worauf ihr euch sicher auch freut, ist GTA V für den PC. Aber leider erst am 24. Ja, das hier wurde nach dem 27. Januar aufgenommen. Ja. Wo wir eigentlich vor drei Tagen hätten wir uns schon an GTA 5 einen von der Palme wählen können, aber nein. Ich hasse dich, Rockstar. Aber nein, nein, es wurde leider auf den 24. März verschoben, weil... Ich hasse dich immer noch, Rockstar. Keine Zeit oder nicht genügend Zeit, den letzten Schliff im Spiel zu verpassen. Aber egal, jedenfalls geht es erstmal so weiter auf unserem neuen Kanal. Der ganze Kanal startet am 9.2.2015. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf und es vor allem, es wird eine, ich sag mal, Weltpremiere auf diesem Kanal geben. Weil in der Zwischenzeit habe ich mich ja immer... Ich wollte gerade im Blödsinn. Aber das wäre vielleicht ein bisschen ein falsches Wort. Habe ich mich jedenfalls gezeigt, irgendwann so bei GTA. Und der liebe Jonah hatte ja immer so ein kleines bisschen Schiss, aber... Ich hatte nicht Zwingt Tschüss, aber irgendwie war ich nie so der Fan der Kamera, weil ich habe weder die Kamera geliebt, noch sie mich. Sie hat mich immer geschlagen. Aber du bist doch fotogen. Das sehe ich nicht so, aber... Du siehst aus wie ein kleines Eselbaby. Eselbabys sind süß. Ey, das Thema hatten wir vorhin schon. Lass meine Eselbabys sind rüber. Na gut, auf jeden Fall, ihr werdet Jonah sehen dabei. Ja, meine fucking Gott. Ich meine fucking Gott. Bei Let's Play ist es auch vor allem bei den News halt. Ja, je nachdem welches Spiel, aber allein wenn ihr schon unten in der Beschreibung, werden wir gleich nochmal erwähnen, auf den neuen Kanal-Link klickt, springt euch mein Gesicht direkt ins Gesicht. Ähm, mit Julians und Manuels Gesicht. Oh yeah. Weil unsere drei wunderschön fressen mitten auf dem Banner. Sogar, die kennen sogar schon meinen Cousin eher als dich. Ja, das ist halt so. Sehr geil. Auf jeden Fall, ihr wisst jetzt eigentlich Bescheid, das soll gar nicht mal so lange werden. Neuer Kanal, ab dem 9.02. fängt es an mit Let's Plays und ein bisschen Vlog-Scheiße. Vielleicht auch mal zwischendurch, dass man irgendwas macht. Ach, alles was ihr braucht für den neuen Kanal. Vielleicht machen wir mal so ein Follow-Me-Around, wenn man irgendwo hingeht, irgendwas Neues besorgt oder so ein Unpackaging. Also das soll so ein Kanal werden, der halt so irgendwie alles mit inbegriffen hat. Ja, voll schön erklärt. Also verschmelzt und so. Wie so Schokolade, die über einen fließt. Was für ein Beispiel. Na gut, auf jeden Fall haben wir uns auf jeden Fall vorgenommen, für den neuen Kanal ganz viele neue Dinge zu probieren. Und auch außerhalb der Gaming-Branche, trotz des wird es ganz viele Let's Plays von sämtlichen Spielen trotzdem geben. Und auch Gaming-News. Also es werden nicht nur News sein, so allgemein, Politik und sowas, aber auch. Ich hoffe, dass sich das hauptsächlich auf Games bezieht. Das wäre nämlich passiert. Es wird auch sehr viel Gaming-News kommen, ja. Alles, damit das Video jetzt nicht ultra lang wird, weil es ist schon bei 6 Minuten. So, damit, ja fast, damit ihr auch ordnungsgemäß zu dem Kanal findet, einfach unten die Beschreibung erweitern, wenn nicht sogar da schon sichtbar. Direkt der erste oder die ersten 10 Links werden garantiert dann zum neuen Kanal. Wollen wir es doch hoffen. Und, ja, das heißt, vielleicht schaffen wir es auch noch, das so ins Video einzubringen, dass egal, wo ihr hinklickt, nur auf den neuen Kanal klicken könnt. Naja, so viel Aufwand mache ich mir hier nicht. Auf jeden Fall wird der neue Kanal sehr, sehr viel Qualität beinhalten. Also, wir werden da eine, nein, nein, ja, da jetzt ja, aber für den neuen Kanal auf jeden Fall nicht. Da werden wir alles reinstecken und so eine richtig geile Qualitätsoffensive starten. Dazu möchte ich abschließend noch mal was sagen. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geile Wassermelonen. Dankeschön. Bis zu gucken. Und dann bis zum nächsten Video auf dem neuen Kanal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Mit mir, Jonah und mein, kurz nach, Julian. Richtig. Also, bis dahin. Hoffe, ihr schaut vorbei. Würde uns freuen. Haut rein, Jungs und Mädels und alle anderen. Und tschüss. And goodbye.